hallo freunde da bin ich euer sadhu mit einer neuen folge studiers in der letzten folge haben wir begonnen hier dieses schiffswrack auszuschlachten sind auch noch voll dabei ihr seht das wie fleißig unsere arbeiter da am arbeiten sind und danach wollten wir nach kohl fliegen um unseren uran haushalt da aufzustocken unseren vorrat wir haben nämlich nicht mehr viel glaube ich nicht mal mehr zweistellig und außerdem haben wir noch eine weltraumtheorie an bord wir hoffenmals wird die überstehen ist jetzt schon überall erbrochenes im gesamten schiff nicht so schön aber da muss man durch lasst die zeit mal weiterlaufen wir können ruhig mal was höher machen ich habe den forschungstrain noch angeschaut gerade mal eben wir könnten also wir erforschen gerade den autopiloten und danach werden wir hier energie kernenergie speichern erforschen ja ich weiß das dauert das braucht dann auch uran aber dann haben wir einen richtigen große batterie 500 kw im moment sind wir glaube ich bei 150 was wir bauen können muss man gucken muss das gibt und elektrizität was glaube ich ja hier schaut mal 150 dass die größte das werden mehr als dreimal so viel was reinpasst warum sollten wir jetzt mit den 150 anfang anfangen wenn wir demnächst die 500er batterien bauen können macht schon sinn oder was jemand ist hungrig kann sein wir haben oder wartet aber eigentlich sollte die kühlschränke gerammelte voll sein ja ja schaut mal die sind alle voll das passt dann sammelt hier mal alles ein was noch so rumliegt ihr habt ihr vergessen was abzubauen können die geschwindigkeit eigentlich aufs dreifache setzen das wollte ich noch schauen uran leider nur noch sechs stück oder das schiff hat wir wollen nach kohl fusionsantriebe sollten hatten wir doch überall dran gebaut oder ja hatten wir sehr gut stromnetz aktuelle bedarf 1,6 maximale leistung 2,3 das passt minimal was er jetzt hier gerade produziert 0,2 unsere kernreaktoren wird alles abgebaut sie sammeln das auch fleißig ein und dann können wir noch mal eine dekonstruktion hier drüber werfen jawohl gut ist jetzt mit der fragmentierung also da müssen wir auch mal wieder fragmentieren ja da kam es gerade machen wir dann startet mal bitte die die fragmentierung dauert aber länger als sonst oder es gibt es uns eigentlich rucki zucki so lange hat es noch nie gedauert wir hoffen mal dass nichts schlimmes passiert hier in der zeit 15 stunden 15 prozent noch dann haben wir es gepackt da fährt das neue rolle netz wieder hoch aufgrund von verschleiß ausgefallen händler stasis kapsel ja wo ist die stasis kapsel wartet mal erstmal schauen wir uns die tür an welche tür ist denn ausgefallen kann sie repariert werden ja dann repariert sie jemand hat geburtstag der gute meck ist 57 geworden betriebshandbuch lassen wir uns nicht durch das tür wird gerade gemacht der forschung fehlen ressourcen hatten wir schon die nächste forschung mit reingenommen nö arbeitsspeicher ist ausgefallen warum ist denn arbeitsspeicher ausgefallen keine energie hier ist eine stasis kapsel angekommen was ist das die hat hier die luftschleuse zu schnee die hat für die wand zerstört oder hatten wir den luftschleuse drin wo landet denn bitteschön der händler das hatten wir auch noch nie oder also dümmer kann man doch nicht landen ehrlich ne luftschleuse hatten wir ja auch nicht drin werden hier eine wand drin wir müssen erstmal mit dem händler handeln dass er davon fliegt ich glaube katzen wollten wir verkaufen ich muss nie ja ich hoffe ich konnte nicht rechtzeitig muten leute sam fliegt raus hat mir nicht viel mehr katzen ja da ist noch eine katze handel durchführen ich dachte wir hätten viel mehr katzen nö nicht wirklich und da fliegt er davon das ist eine dümmere stelle zum landen hättest du sie ja echt nicht aussuchen können wie weit seid ihr mit dem frack gekommen das sieht doch gut aus das noch abbauen die aufbewahrungskapseln die muss man mit anklicken zerlegen das geht so nicht die leeren aufbewahrungskapseln da ist nichts mehr drin werden die ja alle geöffnet auf auf naja ich kann es keinen sauerstoff mehr zu geben ist klar deswegen rennen die hier mit weltraumanzüge rum da ist aber alles wieder abgedeckt sauerstoff generator muss wieder angeschlossen werden automatisch verbinden hier kommen wir halt nicht dran die verstärkten wände aufgabe abbrechen und zeigt uns dass wir dann immer permanent an schaden dass das ist scheint jemand neu raus gekommen zu sein ja in 21 tagen der nächste erste ha törs ausgefallen das wird belohnt haben repariert meine ich natürlich terror ist da können die beigetreten und autopilot sollte jetzt ja starten wieder da ist es geht doch es liegt hier rum dreck so wie es aussieht kann auch was repariert werden schlaf kabinen müssen wir immer weiter bauen bringt die tür mal wieder ans netz können wir endlich davon fliegen hier ist alles abgebaut das sieht doch gut aus seht ihr noch irgendwo was lassen ja ungern was zurück aber nö ich glaube wir können losfliegen was denn das hier ach das ist der händler unsere außenhülle eingerissen hat was von knilch dann lasst wegfliegen auch nach kohl uran abbauen und hier gibt es auch eine anomalie schaut mal dürfen gespannt sein was da vor ort ist wir werden vielleicht erst mal nur roboter los schicken und keine menschen dahin aber wir müssen ja erstmal dahin fliegen das wird eine weile dauern das ist immer auf der höchsten priorität da kommt jemand zum steuern des schiffes das ist doch sollte eigentlich langsam nach oben gehen dann hier tut er nicht wirklich warum nicht doch 15,1 so langsam geht es nach oben das waren halt außenwände deswegen sind das hier doppelte wände müssten halt hier diese luftscheste wisst du was ich probiere mal was aus schauen ob das geht so eine verlängerte so einen verlängerten lüftungsschacht zu bauen aber es müsste funktionieren mal gucken wir fliegen was sagen unsere batterien der kernreaktor läuft bestimmt jetzt auf hochtouren noch nicht einmal krass 0,6 maximale leistung 2,3 aktueller betraf 2 wahnsinn wir haben keinen materienreaktor am start das macht alles der kernreaktor und unsere solar segel nicht schlecht wie geht es den leuten generell so ein bisschen gut aus terryl der ist gerade aufgewacht passt alles die infektion ist übrigens die weltraumdiarrhoe auch vorbei im moment alles schön wir könnten noch ein paar schlafkabinen in aller ruhe hier errichten oh ein ei ich hoffe die zerlegten aufbewahrungskapsel wurden abtransportiert aber bestimmt der tiefkühler ist voll mit pflanzenfasern da sollten wir mal noch einen zweiten bauen das setzen wir mal um und bauen hier daneben einen tiefkühler hin wie schnell fliegt man denn 400 kw die geschwindigkeit zeigt es irgendwie nie an dann sehen wir da oben dann sehen wir da oben aber wartet mal schaut mal man kann schon sehen wie man vorankommt oder irgendwie müssten die hier noch eine geschwindigkeit geschwindigkeitsanzeige anzeigen das sind doch koordinaten oder wir haben hier nur die schubleistung aber wir sehen schon wie schnell wir fliegen gut ist natürlich auch dreifache geschwindigkeit definitiv sind wir schneller schubleistung könnte natürlich noch verbessert werden aber wir werden in richtung wartet ich zeige es euch nach dem autopiloten dann halt die kernenergiespeicher ich hätte schon bock auf diesen ftl antrieb aber der wird nur für langstreckenflüge verwendet also bin mir nicht sicher ob das jetzt nur ein antrieb ist für das reisen zwischen den galaxien oder ob man das auch in den galaxien selbst benutzen kann das müssen wir mal schauen aber dazu brauchen wir halt arbeitsspeicher daten komprimierung arbeitsspeicher brauchen auch noch mehr noch mehr von diesen arbeitsspeicher autopilot erforscht das ist sehr gut da halten wir direkt mal an die forschung die forschung dass die geschwindigkeit wartet mal wo ist das was wir jetzt noch nehmen wollten kernenergie hier ist er kernenergiespeicher 44 da haben wir auch noch genügend festplatten speicher zur verfügung und danach wahrscheinlich erstmal hier die übertaktung also bessere cpu leistung raushauen chips computer und dann geht es zur daten komprimierung ja keine forschung doch hatten wir daraus gewählt ja keine andere speicher da geht es weiter automatisch verbinden da ist gerade genügend sauerstoff jetzt da 19,9 geht nach oben also das funktioniert hier dass wir diesen zwei luftschesten nebeneinander temperatur ist auch wunderbar hier oben logischerweise nicht oh schaut mal hier drüben wird es richtig heiß die lüftung funktioniert hier neben dem kernreaktor nicht so richtig gefällt mir nicht machen wir ein bisschen anders verbauen war auf jeden fall hier noch solche boden belüftung schleusen rein mal schauen vielleicht reicht die eine aus jetzt los transistoren werden benötigt ja gut da geht es los wir haben natürlich keine boden steck dosieren reichweite so knapp seht ihr das scheiben glaster man muss halt so öffnen sinkt die temperatur ja das eine reicht aus schön ich glaube ich ja kann man den normalen boden rein machen das machen wir zu hier wie weit noch ein stückchen ist schon noch dann wurde uran abgebaut mal schauen was es mit anomalie auf sich hat hier bauen wir jetzt noch schlafkabinen wo das von die wände die türen die türen wie sieht es nahrungstechnisch aus sehr gut was fehlgeschlagener bau kritischen defekte tör da unten wird ersetzt dann der nächste versuch lüftung scherste rein ziehen ach wartet mal was wir bauen müssen ich habe es gerade gemerkt als wieder der auto als gerade mal wieder unser pilot auf toilette musste oder so diese verbesserung dieses upgrade wisst ihr wartet mal wo bauen wir denn das ich hätte so mal an dem handwerkstisch die sind aber eigentlich alle belegt Montagemaschine vielleicht können wir das auch in der Montagemaschine bauen ne können wir hier nicht bauen dann baut die Montagemaschine wartet mal Zahnräder werden da gebaut dann baut ihr hier mal Kupferkabel Inventarabfüllung was? wie viel Kupferkabel haben wir hier drin? ja das ist doch viel zu viel ähm gewünschte Menge ja 50 reicht doch vollkommen aus oder? ganz ehrlich hä? geht nicht er kommt dann 49 und ihr baut mal bitte diese Verbesserung hier Autopilot Verbesserung herstellen einmal produzieren bitte dann geht das los lasst genau nach uns da tatsächlich ich habe noch licht blöcke die wir umsetzen können warte mal ich habe den lichtblock falsch gesetzt der lichtblock kommt vor den lüftungsschacht muss sein antrieb ist wieder aus genial 300 kw kostet das das ist ordentlich diese autopilot verbesserung zu bauen ich habe übrigens die stühle noch vergessen schaut mal hier bauen wir auch noch stühle hin haben wir drei neue schlafkabinen errichtet das ist doch schön der gang muss noch beleuchtet werden mit lichtblöcken dann macht man los 0,7 der kernreaktor noch so eine lagereinheit könnte man auch vertragen aber wir können auch upgrades noch erforschen für die container kurzschluss nicht schön kommt mal hin probieren wir es nochmal jetzt gehts das ei ist noch nicht geschlüpft wir verriegeln die tür aber weiß was da rauskommt der tiefkühler kann ans stromnetz angeschlossen werden dass die ganzen pflanzenfaser hier mal reinkommen alles zulassen ja das sieht gut aus und der lichtblock muss auch noch ein stromnetz angeschlossen werden pilot ist wieder auf toilette was feuer wo ist ein feuer ich sehe kein feuer ich bin mir nicht sicher warum die hier unten die schlafplätze nicht nehmen die hunde kaffeebohnen werden benötigt aus dem eis etwas geschlüpft 1,2,3,4,5,6,7,8 krabbeler wir wollen wieder keine verseuchten haben wir lassen die leute mal hier rein 0,2 sirene anschalten auf geht's die brechen relativ flott durch kämpft die krabbeler sieht gut aus wo ist unser terminator der chillt irgendwo wir haben ja zwei mittlerweile der entfernt die staubstich von den solarpanelen der andere ebenso können wir das denen verbieten dass die halt nur irgendwas anderes machen find ich ein bisschen komisch dass halt die sicherheitsdrohnen nicht kämpfen aber die normalen anderen roboter kämpfen also die sind halt zu weit weg gewesen jetzt denke ich mal ja und die waren halt gerade mit dem entstauben der solarpaneele beschäftigt sirene können wahres schalten dann gehen die leute wieder an ihre arbeit und das kann hier alles entsorgt werden und die tür muss neu gebaut werden die geschwindigkeit nehmen wir hoch aber erst in der nächsten folge freunde der nacht das war mal wieder so ein krabbel angriff diese blöden eier das lernt euch mal vor werden die eier nicht entdeckt äh das ei nicht entdeckt dann wäre das ja mittendrin irgendwo geschlüpft und dann hat es garantiert die leute wieder verseucht die rennt dann halt mit diesen krabbeln vor dem gesicht rum und wahrscheinlich können die dann oder legen die dann eier in unsere kolonisten und irgendwann schlüpfen die dann halt auch alles nicht so super toll der teleskop scannt immer noch wir wollen ja nach wie vor vielleicht mal noch einen terraforming planeten den wir terraformen können hier in der nähe entdecken zurzeit haben wir einen entdeckt ja am adw in der anderen galaxie übelst weit weg aber mal gucken wie sich das dann noch alles entwickelt hier freunde der nacht das war's von mir für diese folge wenn es euch gefallen hat ein däumchen nach oben schmeißt was in die kommentarleiste rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne buttons um diesen kanal zu abonnieren würde mich tierisch freuen und ich hoffe wir sehen uns wieder in der nächsten folge bis dahin bye bye euer sadum w w w Vielen Dank.